Hallöchen und Willkommen zurück hier bei Allbedo. Ja Leute, im letzten Part hieß es ja noch, da ich das hier nochmal offscreen versuchen werde. Und das hat auch tatsächlich gar nicht lange gedauert. Ich glaube, ich weiß nicht, zwei Minuten oder so, dann war es schon fertig gewesen. Und jetzt ist es hier auch schon viel ruhiger geworden. Da hat jetzt ja hier auch alles ein bisschen funktioniert und harmoniert und hast ihn gesehen. Jetzt ist hier auch wieder ein bisschen Druck drauf, so wie das aussieht. Und jetzt sollte da hinten doch bestimmt schon das Wasser laufen, oder? Ne, warte mal, dafür haben wir doch jetzt bestimmt noch denn das nächste Rohr, ne? Das Wasser ist noch nicht raus. Ja, richtig, es kommt immer noch kein Wasser. Aber wir haben ja hier noch irgendwo, hatten wir doch hier noch ein Rohr zu liegen, ne? Da ist es ja. Ich wette, da brauchen wir auf jeden Fall noch. Was ist denn, können wir jetzt vielleicht was beim Kessel machen? Nein. Das ist noch alles beim Alten. Ich denke. Ja, super. Super, du bist ja wieder der schlauesten Einer, Junge. Und ich sowieso. Irgendwie... Sehr merkwürdig. Und da oben, konnten wir jetzt aber auch gar nichts weiter machen, ne? Für was habe ich denn den Hocker hier? Kann ich den... Nimm den Hocker mal mit. Kämpfen, werfen. Vielleicht ist das auch wieder so ein Scheiß wie... Wie würde das... Kann ich den da reinstellen, ne? Vielleicht ist das genauso... Blöd gemacht wie... Äh, wo war das halt mit dem Feuer... Löscher? Boah, spring doch! Was stört ihn denn? Achso, höher kann der jetzt nicht springen, oder wie? Ah, ah, hey, bleib doch... Oh... Ach, der Typ ist scheiße, ganz ehrlich mal. Der kann wirklich gar nichts. Ich hoffe, du wirst mir keine Hand geben. Warte, wo ist es? Was? Die Hand, ja, wo ist die Hand? Ja, wo ist denn die Hand? Hä? Wo ist denn die Hand? Ich sehe hier bloß irgendwie... Hier, äh, ne Fuß. Ein paar Knochen, Rippen, Brustbein, ist alles da. Wirbelsäule, aber... Die Hand direkt sehe ich jetzt nicht. Die kann mir nicht helfen, aber die Hand sehe ich nicht. Ach, das ist doch scheiße hier, ganz ehrlich mal, ey. Warum ist denn das so schwer? Was hat der nehmt? Achso, die Cola-Flasche. Hm. Interessant, was liegt denn da? Achso, das sind einfach nur die... Die Fugen von den Fliesen. Irgendwas müssen wir doch jetzt mit dem Scheißrohr hier noch machen, oder? Das ist doch, das ist doch hier nicht umsonst. Na gut, hier liegt auch noch ein kleineres. Rohr nehmen. Aber du kannst das ja nicht mal irgendwie... Benutzen mit irgendwas... Das ist es ja auch. Ja, 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 ja. Mach mal... Hier. Hm. Nee, du solltest dir jetzt eigentlich... Genau. Fallen lassen. Irgendwas muss das doch mit dem Scheißradio hier noch auf sich haben. Warte mal. Das Ding da oben drin, das sieht doch auch so komisch aus, als wenn das auch so ein komisches... äh... Monster ist, ne? Dann nehmen wir das mal mit. Kann ich das jetzt anschalten denn trotzdem? Leg mal... Watscha, wats... Alter, ist er hier aus irgend so'n, so'n... Fidschi-Film, oder wat? Der kann wirklich gar nicht, der Typ. Einmal ablegen, bitte. Na super. Mach mal an. Wir müssen doch damit jetzt irgendwas machen können, oder nicht? Wir müssen doch damit jetzt irgendwas machen können, oder nicht? Wir müssen doch bestimmt mit dem Scheißvieh hier was machen. Nein! Wir müssen doch bestimmt mit dem Scheißvieh hier was machen. Und dann... Wir müssen doch mal... wieder zurück, bitte. Mensch, jetzt hau ab hier! Und jetzt bitte da lang! Komm, wir rollen nicht mal da hin. Vielleicht müssen wir da... Ey! Was ist nur los? Vielleicht müssen wir das vier bloß irgendwie da oben drin setzen, oder so. Weiß ich nicht. Weil hier ist ja auch ein Loch. Hätten wir das da... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mensch, du bleib doch mal da! Ja, was hamptet das bitte nie umher. Pack mal jetzt hin! Spring doch wieder nach Maxi... Alter, bleib doch stehen! Ey! Du willst mir doch rollen hier damit. Also... Verscheißern. Heißt halt bei uns so viel. Ey! Jetzt geh da hinten hin, du blöde... Ooooooh! Du gehst da hinten jetzt hin. Oh, jetzt pass auf. Zack, jetzt nimm das hier einfach mal. Und schmeißt das... Darin. Geht nicht, ne? Nee. Bringt mir gar nichts. Warte mal, würde ich da drauf drücken auf den... Werfen... Werfen, 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 werfen. Aha, macht gar... Das hat jetzt... Hat jetzt gar nichts gebracht, ne? Das bringt uns alles gar nichts, ey! Roa, 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 roa... Ja, kommt immer noch kein Wasser. Das seh ich alleine. Sag mir doch mal bitte, warum nicht. Werfen, hier. Da muss doch irgendwie gehen, alter. Das kann doch echt nicht so schwer sein, oder wat? Na, da hast du ja eben super geworfen. Oh, jetzt leck mich doch mal gleich am Arsch, ey. Ich hoffe, du möchtest mir eine Hand geben. Warte, wo ist es? Ja, wo ist die Hand? Ich seh... Was ist denn das überhaupt? Ach, ne Karte liegt hier. Wo ist denn die noch? Ansehen. Das ist Jeffrey's Korps. Ach so. Ja, können wir die hier benutzen vielleicht? Natürlich nicht. Ablegen. Ansehen. Das hat uns eben auch wieder sehr viel weitergebracht. Aber jetzt... Die Karte hier von... Wie hieß die hier gerade? Jeffrey? Boah, ich kotze gleich im Strahlen, ganz ehrlich. Ja, und das Radio da hinten, ne? Da macht mich auch... Ja, leg mal... Okay. Wieso kann er die denn jetzt nicht... Nein, du sollst... Die... Das sind mal fallen. Jetzt geh ich erstmal mal... Zu dem... Scheißradio, Alter. Das geht immer ja schon auf den Sack hier. Halt an! Ach. Ich hab jetzt... Alter, ich wollte doch... Ich war doch beim... Drücken. Na, meine Güte. Mach doch das aus. Alter Schwede. Ansehen. Eine älteres Radio. Ich glaube es ist ungefähr 100 Jahre alt oder so. Muss doch irgendwas auf sich haben hier, oder nicht? Das ist... Was ist denn da hinten? Okay. Mehr machen kann ich jetzt damit auch nicht. Cool, ach so. Alter, ist das ein kompliziertes Spiel. Ganz ehrlich mal jetzt, Junge. Was? Ich muss den Scanner benutzen. Ich kann den Scanner benutzen, ja. Toll. Wissen wir schon, aber... Scheiße. Ich habe keinen Zugang. Ich bin nicht verpflichtet. Aber... Jeffrey ist. Er war. Würdest du mir eine Hand geben, Freunde? Also, ich sehe seine Hand hier nur liegen. Das ist es ja. Das ist es ja. Ja, es ist natürlich... Es ist natürlich auch komplett... ...blöd für euch, ne, dass ich jetzt hier wieder nur ständig hin und her renne. Ich kann ja auch hier mit nichts machen. Gar nichts. Das ist jetzt... Das ist jetzt natürlich auch echt blöd wieder für euch. Dass ich hier, wie gesagt, wieder nur blöd umher renne und wieder nichts schaffe. Würde ich auch recht langweilig finden, aber... Was soll ich nur machen? Irgendwie muss das doch... Ich kann ja nur nicht jeden Scheiße mal offscreen machen. Da habt ihr ja nur dann auch nichts von. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist kacke. Das ist alles kacke, ja. Ich wies hier wirklich nicht weiter, schon wieder nicht. Mich kotzt das selber total an. Und was mir auch richtig auf den Sack geht, ist, dass wir keine... Taschenlampe haben. Aber warte mal, was ist denn... Ich hab das nämlich... Ich hab das nämlich vorhin schon mal gesehen, zufällig. Kann ich die Birne jetzt hier auch wieder rausdrehen? Ach, das geht natürlich nicht. Super. Dann hat das gar keine... Bewandtnis. Hier kann man nämlich diesen... Nein, man konnte auch richtig den... Das Kabel nehmen. Ach nee, dann musste man da. Genau. Zack, den konnte man nämlich da reinstecken. Und jetzt... Hätte man dann die Lampe aktivieren können. Eine Lampe, eine Lampe. Aber vielleicht können wir damit trotzdem was machen. Radio... Ach, das ist immer... Alles, ich denke auch immer viel zu kompliziert, glaube ich. Ich würde... Ich würde jetzt gerne das... Diese Ding hier nehmen. Diese... Tentakel. Und darin stecken. Weißt du, und dann hier... Anschalten. Die Lampe. Aber... Das ist wahrscheinlich wieder alles völliger... Völliger Blödsinn. Ich kann ja jetzt auch nichts weiter hier machen mit dem Radio. Ich kapier das nicht, ganz ehrlich. Ich kapier das einfach nicht. Oder liegt hier die Hand drinnen noch? Aber er springt ja auch nicht ordentlich. Das ist es ja. Der kommt nicht mal auf diesen... Auf diesen Rand hier hoch. Von diese... Ja, wie sehen wir das sein soll? Eine Badewanne. Der kommt nicht mal da oben ruf. Aber da liegt doch irgendwas drinnen, ne? Oder nicht? Der geht auf mein... Ey, jetzt reicht nicht gleich. Da liegt die Hand drinnen. Es könnte die verletzten Hand sein. Ich würde das damit vielleicht mal probieren. Ich würde sagen... Ich probiere jetzt doch mal dann wieder erstmal lieber... Offscreen. Bevor ich hier wieder drei Stunden umher wirtschafte, ne? Und wenn ich dann die Hand habe... Dann würde ich sagen... Sehen wir uns auch im nächsten Paar direkt mit der Hand wieder. Und dann gehen wir durch diese Tür. Hoffe ich gehen wir es mal, ne? Also... Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage vorerst... Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hold on. Hold on.